Was willst du? Da are citizens with diseases, click here to select an Wieso willst du? Ich habe gedacht, dass das kommt auch nur bei dieser Hilfe, Hilfe, Hilfe Pause hier Schnell Was soll denn hier sonst noch gebaut werden? Ich muss gerade mal Pause lassen Wieso stehen da bitte 14? Müssen da dran 14 Leute bauen? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Hau mal Das wird ja was Das wird was Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet Ähm und so Sag mal Mir nervt es echt ein bisschen, dass ich jedem und allen eine Priorität geben muss, damit die mal anfangen Ist, ist, ist sie tot? Hä? Wir bauen das jetzt einfach mal So Vor uns die Leute noch später mal abkratzen sollten Achso, hier Die Häuser Stimmt ja Oh man Ich wünsche mir, man könnte es schneller machen Und vielleicht werde ich ja irgendwann mal, wenn äh ich einfach mal Sachen bauen lassen muss oder abbauen lassen muss, ähm mal einen Zeitreffer oder so machen Kommt drauf an vielleicht irgendwann Kommt drauf an vielleicht irgendwann Kommt drauf an Oh man Oh man Gerade haben wir wieder etwas weniger Nahrung. Was machst du denn, du da? Boah, wir brauchen echt Tools. Das geht nicht mehr. Das bedeutet, dass wir hier mal alles wegmachen müssen und schnell mal das Gänseesen hier abbauen lassen. Wir sind schon im späten Sommer und haben gerade mal tausend Sachen. Sieht nicht so, die brauchen natürlich auch Eisen, ich mag euch nicht. Ich weiß gerade nicht, wie lange ich noch aufnehme. Ich will dann, wenn dann will ich dann noch Amnesia schnell fertig aufnehmen, weil soweit ich weiß, dürfte es nicht mehr lange dauern. Ähm. Von dem jetzigen Stand, wo ich letztes aufgenommen habe. Gestern. Heute Nacht, eher gesagt. Ähm. Und ansonsten, tja. Was würde ich denn sonst aufnehmen, wenn dann Thief oder irgendwas anderes. Was dann als nächstes nach, wenn dann nach dem und Amnesia oder nach Amnesia kommt. Das muss ich noch mal gucken. Ich habe ein schlechtes Gefühl, dass die 5000 Nahrung reichen würden. Ah, okay. Ah, okay. Ah, man. Ah, man. Ah, hier werden ja auch noch Steine abgebaut. Ach so. Hier soll aber auch, wenn dann nur Eisen abgebaut werden. Ansonsten bitte nichts. Da ist überhaupt nichts. Okay. Baut einfach mal das ganze Eisen ab. So, bald haben wir einen Schutz, falls noch mal jemand krank werden sollte. Und da liegt auch wieder Nahrung rum. Warum? Warum? Warum tut ihr das? Ich weiß nicht, wann wir die Brücke bauen können. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Selbst der, der die Tools macht, hat keinen Tool. Ah. Und wartet mal. Okay. Warte mal. Warte mal. Okay. Warte mal. Warte mal. Hallo. Und wir brauchen dann jeden Fall. Weil dann immer alle wegen Alten, Alter, Alter, Alter sterben, Alter. Ah. Und natürliches Eisen. Ah. und da keiner mehr so stone ist stone ist aber nicht ja macht erst mal das fertig das ist die hauptsache warte ein davon ok ok dann können wir jetzt mal ein paar ich hoffe das funktioniert auch so wenn ich dann ja auch so wie baut wie zu liegen da tools ja egal und ich hoffe mal die 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 klauen mir jetzt nicht das ganze essen weg wir haben noch 20 volle das ist gut haben wir keinen doch da haben wir noch jeder da und da das blöde ist immer wenn ich häuser baue geht die nahrungsquelle stein nach unten wenn wir mal mehr häuser haben können wir auch mehr erwachsene kriegen leider auch mehr kinder was hier echt nicht so toll ist finde ich und da ist wieder gute leute gute leute wir haben nur stein hier drin dabei lassen wir es auch erst mal und du kannst weg dich lassen wir erst mal und obwohl das trotzdem noch arbeiten aber du müsstest mal irgendwas anderes weil wir gerade so viel lock haben nehmen wir mal 50 hier rein warte so da haben wir ein paar häuser okay jetzt weiß ich nicht ich glaube ich mache jetzt mal mit der brücke weiter denn die ist mir recht wichtig und 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 ich werde noch mehr felder brauchen jetzt ist nur die frage wo soll ich denn die hin tun die fälle ich könnte ich könnte jetzt auch drei mal 10 mal 15 machen woher ich hasse schnee sieht man hier immer so wenig hier werde ich jetzt nicht machen das dazwischen 1 frei ist als zwischen feld und weg hier sowie da halt oder das könnte man eigentlich nicht machen denn ich hab's jetzt jetzt nämlich schon verkackt das ist ja da ok und ich ok ok komm da herr du weg komm da herr du weg komm da herr du weg shorpeet wie 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 ja ich sehe denn die Und unser Feuerholz geht auch langsam wieder weniger. Okay, so wie es aussieht, wird die Brücke einigermaßen okay aussehen. Ach, sehen wir dann. Vielleicht sieht sie auch super schön aus und wir verlieben uns in sie. Oh, ja, Brücke. Geil. Da kommt wieder einer. Und was kann man bei dir... Alter. Kannst wieder gehen. Und das Feuerholz ist wieder mal hoch. Arbeitet da eigentlich jemand? Ja. Okay. Hä? Ja, natürlich hat er den Weg hier nicht gemacht. Böser. Böser, böser, böser. Und, 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 und. Hier kommt... Mal so ein kleiner 4x4. Stockpile hin. Hey, da ist ja schon... Bohnen. Und hier kommt... Das wird gerade echt ein bisschen knapp. Das wird gerade echt ein bisschen knapp. Und wir sollten uns irgendwann mal überlegen, eine Schule zu bauen. Um ein bisschen Bildung in die Sache zu bringen. Und, äh, Maudado spielt Garry Smart. Cool. Boah, äh, warte. Die Schule, die kommt dann einfach mal. Die kommt... Warte, wo soll ich denn die Schule jetzt noch hin tun? Ach, Mann, Herr. Boah, die würde ich hier ja doch eigentlich echt... Aber, nee. So, das setzen wir aber erstmal auf Pause. Ich könnte jetzt diesen Titel der Folge, äh, irgendwas mit Maudado nennen. Aber, ich glaube mal, so dreist bin ich nicht. Und, äh, es ist nochmal einer beim Trader. Und, äh, ich... Ja. Ja.